Das ist hier doch richtiges Urlaubsfeeling. Was denkt ihr, wo ich bin? Ich werde es euch eh nicht verraten, aber was denkt ihr, wo ich bin? Oder vielleicht werde ich es euch verraten. Ich werde euch nicht verraten, wo ich bin, aber was es ist. Also, ja, Leute, was weiß ich. Was denkt ihr, wo ich bin? Leute, das sieht doch aus wie, irgendwie nicht in Deutschland, ist es aber. Okay, jetzt habe ich es verraten, das, was ich verraten wollte.